Ja, letzten Sonntag haben wir das Terminal hier rechts offiziell eingeweiht, ohne Schiff. Da hat kein Schiff aber trotzdem eingeweiht, rechts. Die Baukosten des neuen Terminals sind 30 Millionen. Oh, jetzt kommen Bübeleisen, schnell schauen. Haderquere nennen wir auch Brüderform Bübeleisen. Das Besondere ist, bei diesen Schiffen, da fahren die Leute gerne mit dem Schiff und haben so ein bisschen Körperkontakt, wie niederlich. Ja, mit dem erlauben, die fahren damit umsonst. Ertug, wie U-Bahn fahren, auf dem Wasser fahren, ja, aber es ist schwarz. Ja, so ist es. Liebe Gäste, schauen wir rechts, dort das skurrile, bizarre Gebäude Dockland. Das ist ein Bürogebäude, gebaut, jachtähnlich, mit ein wenig Fantasie. Sie ist aus wie eine Yacht, oben Menschen, auf der Aussichtsplattform. Wir können mal mit denen kommunizieren, indem ich sie anspreche. Guten Tag, liebe Leute dort oben, wir grüßen euch recht herzlich von der Olympic Star. Binkt doch mal zurück, wir Spangen. Das war nett gemeint. Da ist so viele Trottel. Alles nette Menschen dort oben. Ja. Ja.